Na alle zusammen, hier ist wieder Heutschala und schon wieder für euch in Battle for Assert unterwegs. Und zwar gibt es heute wieder ein kleines Vision Opening. Ich habe eben gerade einen Kunden durch einen 5-Masken-Run gezogen. Ich hoffe, ich kriege guten Loot raus. Ich musste leider eben den Run zweimal machen, weil ich in SW hier beim ersten Run lustig rumgesprungen bin. Und dann bin ich zwischen zwei Mauern hängen geblieben und bin nicht mehr rausgekommen. War sehr, sehr ätzend. Das werde ich nicht mehr tun. Ich werde jetzt hier im Magierviertel einen Teufel tun und dann nochmal irgendwo runterspringen und dann zwischen zwei Wänden verbaggen. Das war eine ganz, ganz schlechte Idee. Jetzt musste ich das Ganze hier nochmal machen. Habe eine Vessel quasi einfach rausgehauen und fast eine halbe Stunde, würde ich mal sagen. Aber ich hoffe, ich kriege jetzt richtig gute Schuhe. Und zwar, oh, die sind gar nicht so schlecht. Mastery, Versa und Vermeidung. Ich bin am überlegen, ob ich die nehme und dann irgendwann einen Sockel drauf bastle, weil Vermeidung noch zusätzlich zu haben, ist natürlich nicht so schlecht. Gut, 470er-Schuhe kann ich auch craften, aber halt ohne einen Terzherst. Ja, mal gucken. Eventuell kann ich das irgendwo benutzen. Einen Ring wäre mir zwar lieber gewesen oder einen Trinket oder irgendwie sowas, aber gut, damit bin ich schon mal ganz, ganz zufrieden. Zumindest ein Item, was ich irgendwie benutzen kann. So, dola, zweiter Run ist durch. Jetzt gucken wir mal in die Kisten rein, was da drin ist. Vielleicht kriegen wir ja irgendein krasses Item raus mit zum Beispiel Zwielichtsverwüstung Rang 3 oder so. Würde ich schon nehmen. Hose und Lernritual. Das hat der Kunde eben auch gekriegt, ne? Da habe ich ihn auch gemeint. Für mich ist das nicht gut. Natürlich kriege ich es selber auch raus. Aber wir haben wieder ein bisschen mehr Marken. Jetzt sind wir hier bei 10k und hier auch fast bei 10k. Das ist schon mal relativ gut. So, noch ein Run durch. Mal gucken, was wir in der Kiste haben. Ein paar Echos kriegen wir wieder und ich hoffe, irgendein tolles Teil. Zwielichtsverwüstung 3 bin ich ja immer noch so ein bisschen am Hoffen. Dann kann ich mir nämlich die Echo sparen. Und, 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 und. Tentakeln. Ach, warum kriege ich denn hier was Gutes? So, dola. Nächsten Run haben wir durch. Mal gucken, was wir drin haben. Ich hoffe doch, dass wir diesmal ein gutes Item kriegen. Zwielichtsverwüstung 3 würde ich echt mal nehmen. Und wir haben wieder ein paar mehr Echos. Mittlerweile sind wir bei 15.000. Also wenn Zwielichtsverwüstung kommt beim Händler, kann ich es mir auch so holen. Oder ist es jetzt da drauf? Oder ich habe natürlich Crit drauf auf dem Item. Das war mal wieder eine Nullnummer. Hat mich gefreut, dass ihr beim Video dabei wart. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Video. Alltila, bis dann. Ciao.